Ein neuer Streit entflammt in der Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Sky. Der FC Bayern München ärgert sich über den Bezahlsender wegen einer kritischen Frage des Moderators Sebastian Hellmann an den Klubboss Jan-Christian Dresen. Dieser hatte gefragt, warum der Klub mit Thomas Tuchel einen schlechteren Trainer als Julian Nagelsmann verpflichtet habe, was die Bayern-Verantwortlichen wütend gemacht hat. Ex-Bayern-Spieler Dietmar Hamann und Lothar Matthäus, die nun als TV-Experten für Sky arbeiten, äußern sich regelmäßig kritisch zum Rekordmeister. Zuletzt hatte es einen Eklat gegeben, als Bayern-Trainer Thomas Tuchel ein Sky-Interview abbrach. Trotz der Forderung vieler Fans nach einem Sky-Boykott kann sich der FC Bayern keinen Streit leisten. Der Bezahlsender hat viel Geld für die Bundesliga-Rechte bezahlt und sich damit auch eine gewisse Anzahl an Interviews vor und nach den Spielen gesichert. Auch Sky möchte kein schlechtes Verhältnis zum FC Bayern haben und Moderator Hellmann hat angekündigt, dass man das Gespräch mit den Bayern suchen wird.